Musik Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen von Emil Sommer von 1846 26. Sage, der Kobold auf der Hochzeit, mündlich aus Gutenberg Will man einen Kobold beschwören, so braucht man nur, wenn man ihn durch die Luft ziehen sieht, das Innere der Mütze nach außen zu kehren. Dann muss er herabkommen und tun, was man von ihm fordert. Dies wusste ein Bauer in Gutenberg und beschwur auf diese Weise einen Kobold zu sich, der mit Mehl, Reis, Kaffee, Zucker und dergleichen schwer beladen hoch über ihm hinfliegen wollte. Als der Kobold vor ihm stand, bat er den Bauer freundlich, er möchte ihn doch freilassen. Ich habe einen Mädchen viele Jahre lang gedient, sagte er, und morgen hält sie Hochzeit und hat mir versprochen, wenn ich alles, was sie zum Hochzeitsschmause braucht, richtig bringe, soll ich am Abend mit ihr tanzen und das möchte ich so gern. Und wenn du mich freilässt, sollst du zum Hochzeitsschmaus und Tanz geladen werden. Du musst nur abends hinkommen und durchs Fenster sehen. Das ließ sich der Bauer gefallen. Er drehte seine Mütze wieder zurecht und als bald flog der Kobold davon. Am anderen Morgen aber machte sich der Bauer auf und wanderte nach dem Dorfe, wo die Hochzeit war. Und als es Abend wurde, kam er an und stellte sich an ein Fenster des Zimmers, in welchen die Brautleute mit vielen Gästen versammelt waren. Und er sah, wie der Kobold in einen langen, weiten, grünen Gewande mit der Braut den Vortanz hielt. Und wenn sie bei dem Fenster vorbei walzten, klopfte er jedes Mal leise an die Scheiben. Als der erste Tanz vorüber war, sah er, dass der Kobold heimlich mit dem Brautvater sprach. Und sogleich kam dieser heraus und führte den Bauer mit vielen Ehren in das Zimmer und gab ihm bei Tisch einen guten Platz. Und so hielt der Bauer eine fröhliche Mahlzeit und tanzte mit bis zum lichten Morgen. 27. Sage Der Kobold in Kloster Mansfeld Mündlich Im Dorfe Kloster Mansfeld hat eine Frau einen Kobold, der sie alle Sonntage besucht. Wenn zur Kirche geläutet wird, deckt sie den Tisch, stellt zwei Teller hin und setzt sich dazu. Wenn die Predigt in der Kirche beginnt, kommt der Kobold durch den Schornstein geflogen, bringt Speisen und Getränke und nun sitzen sie zusammen und halten ein köstliches Mahl, bis die Predigt aus ist. Dann fliegt der Kobold wieder durch den Schornstein hinweg. Er ist anzusehen wie ein helles, loderndes Feuer. 28. Sage Der Kobold in Jena Heller Sonderbare Merkwürdigkeiten aus der berühmten Landgrafschaft Thüringen In dem Wirtshause zum gelben Engel vor dem Löbertor in Jena hielt sich vor Zeiten ein Kobold auf, dem man alltäglich ein halbstübchen Bier und etwas Fleisch und andere Kost hinsetzte und alljährlich ein rot Kleidchen gab, wogegen er die Stelle reinhielt und den Werten gute Nahrung brachte. Wenn man aber seiner Fliege etwas fehlen ließ, mag er sich gar unruhig und widrig gezeigt haben. 29. Sage Kobolde käuflich Mündlich aus Mötzlich bei Halle In Auerbachs Hof zu Leipzig bekommt man Kobolde zu kaufen. Doch muss man sich vorsehen, dass man nicht betrogen wird. Es gibt nämlich arme und reiche Kobolde. Die Reichen bringen ihrem Gebieter Geld und Speisen und was er sonst von ihnen verlangt. Die Armen aber besitzen nichts und können darum auch nichts geben. Sie zehren vielmehr nur von der Habe ihres Herren und sind darum eine große Last, zumal da man sie nicht loswerden kann, wenn man sie einmal hat. 30. Sage Die Hummel Mündlich aus Vertin In einem Dorfe an der Saale, nicht weit von Vertin, hatte ein Bauer ein Dienstmädchen, das mit der Arbeit nie fertig wurde. Darum neckten es die Knechte und sprachen, wir wollen die Hänschen aus Halle mitbringen. Und wie sie nach Halle ging, fanden sie eine Schachtel, die machten sie auf, und heraus flog ein Kobold in Gestalt einer Hummel. Sie fingen ihn und gaben ihn den Mädchen, das von nun an stets mit seiner Arbeit zur rechten Zeit fertig war. Dieser Kobold hieß Stäppchen, und wenn das Mädchen noch nicht gestorben ist, hat sie ihn noch. 31. Sage Der Käfer Mündlich aus Vertin Drei Reisende fragten den Gastwirt beim Abschied im Scherz, ob sie ihm etwas mitbringen sollten. Ja, sprach er, bringt mir Hänschen mit, dann werde ich sehr reich werden. Da kauften sie eine Schachtel mit Zuckerwerk, aßen es heraus und setzten einen großen Käfer hinein, legten acht Groschen dazu und brachten die Schachtel dem Wirte. In der Schachtel ist Hänschen, sagten sie, doch dürfte sie in den nächsten zwei Tagen nicht aufmachen. Mit Mühe bezwang der Wirt zwei Tage seine Neugiere, und als er am dritten die Schachtel öffnete, fand er acht Groschen bei dem Käfer und am vierten Tage wieder acht Groschen, und er sagte zu seiner Frau, sieh, nun habe ich sechzehn Groschen. Und so ging es fort. Der Wirt wurde ein reicher Mann und baute, wo sein kleines Gasthaus gestanden hatte, einen stattlichen Palast. Da kehrten einst jene drei Reisende wieder bei ihm ein. Und er bedankte sich, dass sie ihm Hänschen gebracht hatten. Doch wie die drei unter dem Tore des Gasthofs standen, brach das Tor zusammen und verschüttete sie. Und von der Stunde an war Hänschen verschwunden. Zweiunddreißigste Sage Mönch, mündlich In den meisten sächsischen Dörfern kennt man die Mönche, die sich bei den Bauern und besonders auf den Edelhöfen in Dienst geben, einen Teil der Geschäfte in den Ställen, auf dem Hofe und Boden besorgen und dem Eigentum des Herrn wachen und die Knechte und Mägde in Zucht halten. Sie sind sehr klein, tragen einen grauen Mönchsrock, ein niedliches graues Käppchen und einen Gürtel, an dem ein Schlüsselbund hängt. Meist sehen sie alt aus, haben graues Haar und ein verschrumpftes, erdfarbenes Gesicht. Doch werden sie nicht von jedermann gesehen, sondern können sich nach Gefallen sichtbar und unsichtbar machen. Gewöhnlich zeigen sie sich nur dem Hausherrn, bisweilen auch den übrigen Bewohnern des Hauses, doch nie den Nachbarsleuten oder den Fremden, welche ihren Herren besuchen. Sie striegeln bei Nacht in den Ställen das Vieh, führen es auf dem Hofe umher, bis es in gelinden Schweiß gerät und füttern es dann, weil das Futter so besser gedeiht. Wenn auf dem Amte zu Besen bei Halle früher die Euter der Kühe einmal über Nacht zu voll wurden, so melkte sie der Mönch, der auf dem Amte diente, deckte die Melkeimer sorgsam zu, damit kein Staub hineinfiel und dann fand man am Morgen die Milch. Obwohl die Mönche für alles Vieh auf dem Hofe sorgen, haben sie doch gewöhnlich unter jeder Gattung ein Lieblingsstück. Wenn darum ein Pferd oder eine Kuh besonders gedeiht, so sieht man daran, dass sie der Mönch mehr als die anderen pflegt. Wenn man dann den Lieblingstieren des Mönches auch weit schlechteres Futter gibt als den Übrigen, so werden sie doch fetter und kräftiger. In der Regel dient auf jedem Gute nur ein Mönch, doch bisweilen auch mehrere. Beim Gastwirt in Bendorf bei Mansfeld hört man, wenn ein teures Jahr kommen soll, den Winter zuvor oft die Mönche bei Nacht das Getreide auf dem Boden zusammenschaufeln, einsacken, die Treppe heruntertragen und aufladen. Doch am Morgen liegt es unversehrt auf dem Boden. Wenn ein Knecht oder eine Magd nicht fleißig genug ist oder wenn sie gar das Futter verkaufen, um, statt es dem Vieh zu geben, so nimmt sie der Mönch bei Nacht aus dem Bett und wirft sie auf dem Bodenfenster auf dem Misthaufen, wo sie am Morgen zwar ohne körperlichen Schaden doch übel zugerichtet wurden. Wer neugierig ist und den Mönch gern sehen möchte, dem zeigt er sich nie. Zwei Pferdejungen zur Besenstadt legten sich am Abend quer vor die Tür mit den Köpfen aneinander, damit der Mönch, wenn er mit seinen kleinen Schritten herankäme, auf sie treten müsste und sie davon aufgeweckt würden und ihn fangen könnten. Doch als sie am Morgen aufwachten, lag der eine in der rechten und der andere in der linken Ecke des Stalles und der Mönch hatte die Pferde doch gefüttert. In Vertin hauste früher ein Mönch auf dem Amte, einer auf dem Winkel und einer in der Schäferei und der auf dem Winkel hatte seine besondere Kammer, welche noch jetzt die Mönchskammer heißt. In Halle zeigt sich ein Mönch in der Saline. Auch geht er um Mitternacht oft quer über den Markt an den einzeln stehenden Turm auf der Leipziger Straße auf und ab. Auf diesem Turme sah er früher auch manchmal bei Tage aus den Schalllöchern und pflegte die Uhr vorzustellen, wenn ein Feuer ausbrechen sollte. Viele alte Leute in Halle entsinnen sich noch an den Mönch in der Garnisionskirche, die seitdem abgebrochen ist, gesehen zu haben. Besonders bekannt ist in der Umgebung der Mönch vom Petersberge. Er geht in unterirdischen Gängen. Nach Krosig, Lubejün, Vertin und Gutenberg fliegt überall das Vieh, doch vorzüglich auf dem Amte am Petersberge. Dort hat er stets sein Lieblingsfohlen, auf welchen man ihn oft bei Monschein auf dem Gipfel des Berges umherreiten sieht. Für seine Dienste fordert der Mönch gewöhnlich nur, dass man freundlich mit ihm umgeht. Doch zu Gebiechenstein, auf dem Amte verlangte er einst an einem Tage des Jahres jeden Armen, der sich meldet, ein Stück Brot und ein Hering gereicht würde. Und wenn man dies einmal unterließ, so tobte er so lange in den Ställen und ängstigte das Vieh, dass es blökte und winselte, bis die Armen gespeist waren. 33. Sage Das Jesu Kind im alten Hospital zu Halle Mündlich In dem früheren Zyriax-Hospital zu Halle, in der Vorstadt zu Glaucher, stand auf dem Tisch des Zimmers, in welchem die Hospitaljunkfern abends zusammensaßen, ein etwa dreiviertel Ellenhohes Jesuskind. Es war aus Holz geschnitzt, bunt lackiert und trug ein weißes Hemdchen. Alle Jahre am Weihnachtsabend mussten die Hospitaljunkfern erst abwaschen und auch das Hemdchen waschen, trocknen, sauber plätten und ihm wieder anlegen. Wenn sie dies einmal vergaßen oder nicht sorgfältig genug verrichteten, so erhob sich in der folgenden Nacht ein so heftiges Poltern im Hause, dass sie es nicht aushalten konnten. Und das kehrte alle Nächte wieder, bis der Fehler gut gemacht war. 34. Sage Nix Mündlich Der Nix erscheint gewöhnlich als ein kleiner, freundlicher Knabe, in grünen oder rotem Röckchen, mit hellfunkelnden Augen und oft mit langen grünem Haar und grünen Zehen. Bisweilen aber gleicht er einem erwachsenen Manne, hat ein altes, tückisches Gesicht mit Krallen an den Händen. Er wohnt mit Frau und Kindern auf dem Grunde der Flüsse und Seen. Einzelne Nixen hausen auch in Brunnen, wo ganze Familien zusammengeführt sind. Führen sie Wirtschaft wie die Menschen. In den benachbarten Dörfern und Städten kaufen sie ein, was sie bedürfen. Und in der Dölaue Heide sieht man die Nixe von Latin oft Holzlesen. An den Weiden, die in den verschiedenen Gegenden der Saale und Elster stehen, trocknen die Nixen bei heiterem Wetter ihre Wäsche. Sie setzen sich dann in den Wipfel der Heide, breiten die Hemden und Röcke an den Zweigen rings um sich aus. Und wenn alles trocken ist, nehmen sie es ab und steigen wieder damit ins Wasser. In ganz Sachsen weiß man, dass die Nixe Kinder vertauschen. Doch meint man gewöhnlich, dass sie nur in den ersten sechs Wochen Gewalt über sie haben. Nixkinder sind sehr hässlich, oft über und über behaart und lernen sie sehr spät oder gar nicht, sprechen und gehen. Doch als man einst in Gutenberg einen solchen Kielkropf, der nie aus der Wiege gekommen war, allein in der Stube ließ, sprang er auf und zerschlug alles, was er fand. Am Johannestage fordern die Nixe der Elbe, Saale und Strut und Elster ihr Opfer. Darum gehen viele Schiffer zu Johanni nicht aufs Wasser, wenn sie nicht müssen. Den Namen dessen, welcher der Nixe als Opfer verlangt, pflegt er dreimal zu rufen und dann treibt es den Menschen unwiderstehlich zum Flusse und er wird vom Nixe hineingezogen. Auch zu anderen Zeiten aber verlocken Nixe die Menschen. Zu Passendorfe in dem Teich hinter der Kirche wohnt ein Nix, der, wenn jemand abends vorbeigeht, oft mit klagender Stimme ruft. Komm, 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 ich habe lange auf dich gewartet, wo bleibst du denn? Komm, komm, komm. Geht ein Mann vorbei, so ruft er mit feinen und weichem Tone wie ein Mädchen. Kommt aber ein Mädchen, so ist die Stimme wie die eines jungen Burschen. Am Zörnitzberge bei Vettin halten die Nixe bisweilen bei Nacht einen Tanz. Da hört man eine helle, fröhliche Musik und sieht viele kleine Männer und Frauen aus der Saale steigen, die sich bei den Händen fassen und mit zierlichen kleinen Schritten und Sprüngen ihren Reigen aufführen. Und von Zeit zu Zeit springen einige ins Wasser und andere kehren an ihre Stelle zurück. 35. Sage Die Nixe von Trotha, mündlich aus Gutenberg Zu Trotha wohnte eine Nixe, welche alles, was sie für ihre Wirtschaft brauchte, auf dem Markt in Halle einkaufte. Sie gingen auf dem Hin- und Rückwege mit den übrigen Marktleuten und unterhielt sich vertraulich mit ihnen. Und sie ahnten nicht, dass es eine Nixe sei. Nur fiel ihnen auf, dass ihre Schürze immer nass war. Und als sie nun einst zur Halle in einem Fleischerladen stand, bemerkte der Fleischer, dass sie nur ein Nasenloch hatte. Daran erkannte er sie als Nixe und bat sie ihm, das Stück zu zeigen, von welchem sie zu kaufen wünschte und wie sie mit dem Finger darauf wies. Hieb er ihr mit dem Beile die Hand ab. Da eilte sie zornig hinweg und schwur sich zu rächen. Von nun an hütete sich der Fleischer wohl in einem Fluss oder Teiche sich zu baden. Doch als er einst aufs Land gegangen war, überraschte ihn ein heftiger Regen, der bald die ganze Gegend überschwemmte. Und wie er, um sich vor der Flut zu retten, immer rascher lief, glitt er aus und fiel in einen Graben, in dem er ertrank. So war die Drohung des Nix-Weibchens in Erfüllung gegangen. 36. Sage Bei Gebiechenstein in der Saale wohnte ein Nix mit seiner Frau. Der kam einst bei Nacht zur Wehmutter und bat sie, mit ihm zu gehen. Da sie sich jedoch weigerte, drohte er sie auf der Stelle zu erschlagen, wenn sie ihm nicht folge. Da gingen sie dann zitternd hinter ihm her. Und wie sie an die Saale kam, schlug der Nix mit einer Rute auf das Wasser. Alsbald taten sich die Wellen auf und beide schritten eine schöne, breite Treppe hinab in das Nix-Haus, welches ein hoher, königlicher Palast war und von Gold und Silber und Edelstein strahlte. Die Wehmutter fand hier das Nix-Weibchen in Kindesnöten und stand bei ihr. Als sie fertig war und der Nix aus der Stube ging, ihre Bezahlung zu holen, raunte ihr das Weibchen heimlich zu. Wenn mein Mann jetzt wiederkommt und euch große Schätze anbietet, nehmt ja nicht mehr, als ihr gewöhnlich von den Menschen bekommt, sonst könnte es euch übel ergehen. Da kam der Nix zurück mit einer großen Mulde voll Goldgulden und anderer Gold- und Silbermünzen. Und er sprach zu der Frau, hier, nehmt für eure Mühe, so viel euch gefällt. Und dabei wühlte er mit der Hand in der Mulde, dass die Stücke lustig klimperten, und hielt sie ihr hin. Sie aber nahm nur ein Viergroschenstück. Das ist dein Glück, Alte, sprach der Nix. Hättest du mehr genommen, so hätte ich dir den Hals umgedreht. Hierauf führte er die Wehmutter wieder zu der Treppe, und sie stieg voll Angst die Stufen hinauf und hörte das Wasser hinter sich zusammenrauschen, doch wagte sie sich nicht umzusehen, bis sie auf ihrer Türschwelle stand. 37. Sage Eine Bäuerin setzte ihr Kind auf dem Felde ins Gras und ließ es allein, weil sie ihrer Arbeit nachgehen musste. Als sie wiederkam, fand sie ein fremdes, sehr hässliches Kind an der Stelle des ihren und sah wohl, dass dies ein Nix-Kind war. Sie klagte dem Vogte des Gutes ihre Not, und der Vogt fragte, ob sie ihr Kind wiederzuhaben wünsche, auch wenn es darum etwas braun und blau geschlagen würde. Und da sie antwortete, sie wolle ihr Kind lieber tot wiederhaben, als ein Nix-Kind großzuziehen, begann der Vogt den Wechselbalk unbarmherzig mit der Hetzpeitsche zu hauen, und tat dies eine Langeweile. Dann gingen sie einige hundert Schritte von dem Kinde weg übers Feld, und wie sie zurückkam, lag das rechte Kind wieder da, doch war es am ganzen Leibe zerkniffen und zerzaust. Wenn nämlich der Nix ein Kind vertauscht hat, so tut er ihm alles an, was man seinem Kinder antut. Darum lassen manche Eltern, die ihre Kinder zu lieb haben, als dass sie ihnen ein Leid zufügen sollten. Sie lieber beim Nix und erweisen den Nix-Kindern alles Gute, denn sie wissen, dass es ihren Kindern vergolten wird. Ein Schäfer hatte sich in eine Nixe verliebt und wohnte lange Zeit mit ihr auf dem Grunde eines Sees. Da begann er sich, nach seinen Verwandten und Freunden zu sehen, und bat seine Frau um die Erlaubnis, noch einmal auf die Erde zurückzukehren. Nachdem er ihr gelobt hatte, wieder in den See zu kommen, gestattete sie es ihm. Doch sie schwur, sich schwer zu rächen, wenn er sein Wort breche. Dem Schäfer gefiel es aber hier oben auf den grünen Wiesen und unter der lichten Sonne so wohl, dass er wieder seine Schafe zu hüten beschloss und nicht zur Nixe zurückkam. Doch nahm er sich in Acht, keinem Fluss, See oder Brunnen zu nahe zu kommen, und so konnte sich die Nixe lange nicht rächen. Eines Tages aber, als es sehr heiß war und er wieder seine Schafe hütete, wusste er sich vor Durst nicht zu retten. Da sah er eine kleine Lache am Weg und eilte darauf zu. Hier, dachte er, kann sie dir nichts anhaben, und bückte sich, um zu trinken. Doch kaum hatten seine Lippen das Wasser berührt, so fühlte er einen Druck im Genick und hörte ein heiseres Kichen, an dem er die Nixe erkannte. Sein Gesicht wurde fest in die Lache gedrückt, und so klein sie war, musste er darin ertrinken. Ein anderer Schäfer hütete bei Biesenrode an der Wipper. Da sprang eine Nixe aus dem Wasser, die hatte einen alten, ganz geflickten Rock an, doch tanzte sie fröhlich auf der Wiese herum und rief immer, indem sie auf die Flicken wies, hier einpatzen, da einpatzen, und dort einpatzen, rief der Schäfer drein und gab ihr einen Hieb mit der Peitsche, weil sie den Schafen zu nahe gekommen war. Das schwur die Nixe nicht ungestraft zu lassen und sprang wieder in den Fluss. Da hielt sich der Schäfer dann auch von allen Flüssen und Teichen fern. Doch als er sich einst in einer Wanne, die mit Wasser aus der Wipper gefüllt war, baden wollte, schlug das Wasser plötzlich, als er hineingestiegen war, ihm über dem Kopfe zusammen, und er wurde hinabgezogen und konnte sich nicht wieder aufrichten, sondern musste in der Wanne ertrinken. Ein Mann, der von Rotenburg nach Halle ging, traf unterwegs einen anderen, den er am nassen Saume seines Kittels als eine Nix erkannte. Er ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein, und der Fremde erzählte, er sei der Nix von Rotenburg, und habe dem von Gebichenstein seine Frau auf vierzehn Tage geborgt, damit sie ihm indes sein Haus halte, weil die Nixe von Gebichenstein krank sei. Der Nix von Gebichenstein habe versprochen, ihm die Frau nach vierzehn Tage wiederzubringen. Heute sei aber schon der sechzehnte Tag. Darum habe er sich aufgemacht, sie heimzuholen und dem Gebichensteiner zu zeigen, wie es denen ergehen müsse, die nicht Wort halten. Als der Nix in Gebichenstein von dem Bauer schied, sagte er ihm noch, er möge am Ufer achtgeben, ob nicht bald ein Blutfleck oben auf dem Wasser erscheinen werde. Das solle ihm ein Zeichen sein, dass einer von ihnen, er oder der Gebichensteiner im Kampfe gefallen sei. Hierauf ging er über das Wasser bis mitten in die Saale und stieg dann hinab. Nach kurzer Zeit aber quoll helles Blut auf die Oberfläche des Wassers herauf. Doch wer getötet wurde, weiß man nicht. Es gibt zweierlei Maten. Klettermaten und Drückmaten. Klettermaten sind die Mondsüchtigen. Als Drückmaten aber müssen Liebende bei Nacht zu ihren Geliebten ziehen, wenn diese treulos geworden sind, und sie müssen sich auf sie legen und sie ängstigen, um sie so für ihre Untreue zu bestrafen. So kam auch einst ein junger Bursch alle Nächte in Gestalt eines weißen Mäuschens zu seiner früheren Liebsten, die ihm die Treue gebrochen hatte. Neben dem Bett des Mädchens stand eine Lade, und die hatte sie eines Abends zuzumachen vergessen. Als nun das Mäuschen heranschlich und auf das Bett springen wollte, lief es schnell über den Deckel der Lade hin. Doch es glitt aus, fiel in die Lade und der Deckel schlug zu. Nun fand man den Burschen, der mehrere Meilen von dem Dorfe des Mädchens entfernt wohnte, am folgenden Morgen tot im Bette. Man ließ dem Mädchen sagen, dass ihr alter Geliebter gestorben sei, wenn sie vielleicht zu seinem Begräbnis kommen wollte, und sie beschloss, das auch zu tun. Als sie aber am Begräbnistage die Lade aufmachte, ihre Sonntagskleider herauszunehmen, sprang das weiße Mäuschen her, lief über das Feld, und bald darauf sahen die Verwandten des Burschen, die an seinem Sarge standen, wie das Mäuschen dem Toten in den Mund schlüpfte. Da schlug er die Augen auf und war gesund. Und er erzählte, dass ihm geträumt habe, er falle in eine tiefe Höhle und sitze drei Tage darin eingeschlossen. Als nun das Mädchen kam und dies hörte, erzählte sie von dem weißen Mäuschen, das sich in ihrer Lade gefangen hatte, und man erkannte wohl, dass der Bursch zu ihr Maren gegangen war.